die folgt ein komplexes kreisseln wer hat mir jetzt schon wieder meine silent rifle geklaut? ich war das nur Mama ich kill dich nein ich hab das nicht getan wieder mit den selbenverdächtigen wie aus der letzten Folge meine Damen und Herren ja sie sehen das richtig Carsten ganz ok kannst du besser dir das Wille aufhören zu stehen zu bleiben stimmt so ein zu bleiben stell dich hier mal bitte hin oh oh ey was ich den zuschauer noch mal sagen wollte der Lukas Nippel stinkt nach Fisch wo ist das was ich? ich will jetzt auch immer dran lutschen aber das ist das Eno, Fabian, Fabian ich bin der Detektiv und alle versammeln sich jetzt im Lego Haus Legos 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 Oh. Dark, Dark, ab ins Legohaus. 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 Wo ist da jetzt Legohaus? Wo ist das Legohaus? Wo ist das Legohaus? Ach so man. Bekirchst du? Legohaus? Legohaus, Keks. Keks? 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 Ich will nehm Legohaus. Ich will nehm Legohaus. Ich will nehm Legohaus. Alter, was geht denn hier gerade? Uke, du auch. Uke, du auch. Uke, du auch. Ich will, dass ich gegenseitig raus mehr arzt. Ich geh da weg, ich zündet sonst jemanden in die... ich gehe da weg ich hab gemocht auf die jihad wieso ich verstecke mich hier nur vertreten was alle nicht klar ist wie geht es um mich an wir spielen fangmoke ja und dann kann ich hier vertrauen über die luft geschossen ist mir ganz vertrauen so eine blende gleiche war ja das ist nicht so ich mache ich jetzt machen wir machen ein duel kubi und auf niklas und creepy gehen weil du da oben hocks mit einer sniper und genau auf die leute da unten runter guckst die sich da versammelt haben ja ich habe darauf gewartet dass da jemand kommt und spaz du möchtest schlagen waffe weg niklas waffe weg dürfen wir julian erschießen der waffe weg richtig weg weil ich töten will ohne bewaffnung das ist doch er wollte mich töten ja das ist gerade gestorben irgendwo ist der ist runtergefallen das soll ich vertraue ich beiden nicht auch weil wisst ihr was ich bin was soll es du darfst mich einfach abschießen warum nicht weil du das nicht darfst das ist verdächtigung weil hier oben sitzt mit snipers jungs was ich habe jetzt die taktik war dass da oben sich leute versammeln und da steht da oben ja leute kassen ist es nicht wie wird sie gesagt hat ich glaube dass jemand im leg aus der jahr gezündet wie ich geprofezeit habe lebt wir noch die hat uns wenn wir schon noch liebten ist es ohne schloss ich will jetzt hoch warum hat er doch geschossen ehrlich was soll denn das weil ich mir sicher bin dass er es ist ist ja weil ihr beides leute hier liegt eine leiche nein ich bin mir jetzt mal ganz ehrlich ich habe verdächtig verdächtiger und wenn ich dich verdächtige kann ich dich also auch sofort abschießen oder was ja also ja aber wir sind barriere oder und die da sind die garten nicht ja zu viel zu viel zu dem thema Juhu, Punkte für mich. Wird jetzt durch Fallschaden gestorben? Wer ist denn da gelandet? Express kommt zu euch. Express ist Todes. Wo seid ihr? Hallo? Wer lebt noch von euch? Niklas, wa? No. 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 Niklas, manchmal ist der Verdacht gegründet. Ja, und? Aber trotzdem, was war das denn für ein Grund, wenn ich hier oben stehe? Warum schießt du mich dann an? Ganz einfach, weil die Leute, die sich oben versammeln, während unten Leute stehen mit einer Sniper, ziemlich verdächtig sind. Ja, und? Außerdem ist es verdächtig, wie du die ganze Zeit hin und her gerannt hast. Und obwohl du gesagt hast, dass ich dich Verdächtige nicht gesagt habe, wie ein normaler Innocent. Ja, hier, Waffe, töte mich doch. Dann wirst du es sehen. Nee, du wolltest am Leben bleiben. Das sind psychologische Tests, mein Freund. Ja, und? Also kann ich einfach jetzt auch nächstes Mal irgendwie was sagen, wenn du was falsch sagen kannst. Ja, jetzt kommt meine Mutter durch. Ja, jetzt kommt meine Mutter durch. Nee, wenn ich das also falsch finde, was du sagst, dann kann ich dich also auch erschießen. Das kann ich mal bitte auch mal rumzupacken. Das kann... Wenn du der Detective bist? Ja, okay, dann schieße ich dich nächstes Mal einfach auch auf. Als Detective. Junge, du bist doch nur sauer, weil ich dich sofort erkannt habe. Weil ich deine Tarnung durchschaue. Was mich genervt hat, warum schießt du mich einfach an? Ich mach das so auf. Ja, ich mach das so auf. Können wir mal die Fresse halten? Also, es ist jetzt... Ein kleines Mini-Kurses, Fabian. Fabian, Fabian. Ja, ist auch ein Heer, Junge. Halt die Fresse, halt die Backen, Alter. Da hast du auch Anweisungen, die Fekte, oder guckst du nur doof in die Gegend? Fabian, immer noch. Kicks, 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 kicks. Halt die Backen, Mann! Ja, das war ich, ich wollte wissen, ob man durch die Scheibe schießen kann. Nein, kann man übrigens nicht. Bööse Granate. Nein, ich hab's nicht geprisont gerade. Obwohl, kann ich den durchschlipfen? Aua, aua, aua! Ich hab grad Half-Labs durch meine eigene Granate bekommen. Alter, das war ja eine Schacht geingemacht, Alter! Der befasst. Alter, wird ne Disco da hingewerfen, dass es... Dass es vorhin in den Schacht kommt. Die Klatsch, die Klatsch. What the fuck? Ich hab nur noch 23 Leben. Carsten, fick dich. Ey, das war nicht meine. Ja, wessen Disco war das denn? Ja, keine Ahnung. Nein. Wer hat fast gepriert, wie ein von euch Schwein. Bin jetzt hoch. Weißt du, die ganze Zeit geschenke? Weißt du, da schmeißt du mal ne Disco hoch, dass es feuer, da reinkommt. Oh, ne, jetzt ist das schon wieder das Feuer, ja. Reizet sich das Feuer dann im Schaden aus. Oh, 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 oh. Das ist echt nervig jetzt. Da wurde, lol. Da wurde umgeschossen. Ja, aber es wurde nimmmal eher, von neuer Luftkammer. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. müssen ich habe es in der hochgeschmissen wenn du mein keks runter und auf ich habe euch im visier nicht mehr heißt du richtig daniel lauf in deinem leben ja bist du gerade beim leben jetzt guck mal dahinten gestorben richtung monopoli ja ja monopoli jonge von premium wieso kann ich jetzt nicht ein paar leute gestorben und nicht das war traiter wurde auf dich geschossen ich hatte noch alles wie viele trainers wurden schon in die ich bin nicht so ja ich komme ich bin ich habe mich zu verlieren alter so aus als wenn du jemand noch gekillt hätte leute das auseinander stehen wegen die hat ich stelle mich wo seid ihr denn haben ja hier oben war ja noch bitte von mir war der schuflinde hallo dann kannst du noch fabi sein wie lebst du noch wenn die stadt ich habe mich erschossen habe bis er mich erschießt ich habe gar nicht gewartet ich habe das gesehen aus dem augenwinkel ich dachte ich zwei sekunden neben dir da war noch julien den habe ich weg gemacht dann habe ich das weg gemacht aber ich musste da auch erst mal irgendwie hoch kommen weil die schrotze so eine krasse streuung hatte aber ein habe ich wenigstens mitgenommen aber fabian ist ja aufgefallen dass wir jetzt ein paar mal traiter waren zusammen weil die gründe noch gar nicht traiter war ich auch nicht ich war glaube ich seit ich aufnehmen ja ich bin ich war bis jetzt ein einziges mal traiter das habe ich total versaut der war ich bin der beste da kann ich auch nichts machen wieso kannst du da nichts machen ja hallo pumuckel ach so mach's durch ich muss mir gerade was mit dem kauf du meine wahnsinnig leidzuschauer kann das nicht beeinflussen ja hui fast schon fast schon fabian das kenne ich das problem über niklas ja ich geh fahrer tabei schießen nach in der fahrer hier weg von mir ich habe sie mir zu anhängen ich habe mit dem richtigen nein dann ist mir mal das schild wird nein wohl vorher soll das war ich wie soll ich nur noch einmal mit dem rücken dazu verarschen die hast du oben rollen lassen ich hab's gesehen ja die habe ich das feuer auf polizei auto geschmissen dann hier würde ich habe von keks von mir jetzt verfolgt ich habe ich habe nur 20 jahre ich hatte mich geschossen oder er will 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 jetzt haben wir es um die Köln die Jürgen die Kribi ja ich die Jürgen ist tot sowieso nicht die Toten jetzt wird sich bloß noch wo es schon ins Leiche die Storben und er hat die Storben Daniel was ist los ich war klar ich habe gerade kurz geredet alles gut ja hab ich ja warum Carlos hat die ganze Zeit einen Slap auf dich geschossen irgendwann hat er sich einmal getroffen da war es nicht doch mein Headset ausgemacht ja alter schlade das hat man bei dem Verleihung noch gerade noch was gehört frage mich gerade wer lebt denn jetzt noch alles ich glaube ich gehe mal kurz kürzen hallo Febstin lebst du noch ja ich lebe noch ok und wer noch ich lebe auch noch also Keks und Lukas leben auf jeden Fall auch noch ok Keks ist gerade bei mir wenn ich gleich tot bin dann war es Keks ok das ist gut ich bin nicht dass du stürmst aber Spaß Daniel Lebst du noch ja Keks 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 ist bei mir Keks ist bei mir ich habe einen die einzige hey ich habe den Detektor Detektor Rainy bleib stehen Rainy da hinten liegt wer Rainy da hinten liegt wer tot Geh hin wo seid ihr Geh hin Ja WC nightmare innocent Rainy tot Rainy ist es Ich habe Rainy erschossen weil er hinten eine Leiche lag und er kam von da und ich habe einen Punkt bekommen also Rainy war es Do Und Rainy war Trader Hahahaha 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 Carsten geht gar nicht gleich Hahahaha 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 Aus der Sicht von Daniel sah das so episch aus. Das war so geil. Habt ihr das aus der Sicht von Daniel gesehen? Ich wollte doch mal ein Bild von deiner Freundin schicken. Carsten, zieh dich aus. Carsten, hab ich geschossen. Carsten. Weißt du, ich bemerkeh, dass ihr seid nur noch zu zweit. Mein gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild von dir habe. Aber da kann ich. Fabi? Unübrigens, vielleicht hab ich noch nicht mal ich gekillt, Virgil. So, okay, Jürgen. War noch nicht mal ich. Weiß nicht, wer es war, aber ich war nicht. Ich hatte die alle erschossen im Übrigen. Ja, toll. Ohne Spaß, der sah sich aus Daniels Sicht. Ich hab creepy erschossen. Den fand ich sehr schön. Creepy läuft mit Lowlife, ich schieße nur einmal am Bein oder so und er krepiert. Wo war er überhaupt? Ich hab nur gesehen, dass er auf einmal tot läuft. Luca, ich hab dich am Anfang angeschossen. Warum? Ich hab einen Hass auf dich. What? Das ist eine gute Begründung, möchte ich nur mal sagen. Einiges. Genauso eine gute Begründung, wie Rainy hatte. Ey, du warst du? Nein, Niklas, Niklas hatte schon eine kleine Begründung, aber ganz ehrlich, weil es Virgil aushast wie ziemlich auf den Fiest, weißt du? Scheiße, falsche Waffe. Kumokel, vlogge ich nicht. Hallo, Barbie. Was geht bei Darren, Barbie? Äh, also anscheinend nicht. Verdammt. Daniel, 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 Daniel. Also, er spawnt die immer an unterschiedlichen Orten, oder was ist das für eine Scheiße? Oh, Rainy hat dich halt jetzt einfach. Oh, verdammt, die spawnt immer an unterschiedlichen Orten. Heute wird überhaupt nicht nervös, das macht mich irgendwie nervös. Warum? Na, Lukas. Hat nicht mal gerallt, wer überhaupt gerade geschossen hat. Warum nicht? Ich finde, wir sollten auch sowas wie eine New Life-Riegel machen, dass man sich auf andere Gründen beziehen muss. Hallo, creepy. Leute? Creepy wurde angeschossen von oben. Auf mich wurde angeschossen. Creepy wurde angeschossen von oben. Da oben steht Niklas, Niklas steht oben. Ich habe aber nicht geschossen. Deswegen hast du gerade so auf mich gezielt, ne? Ich habe... Das hat Febschen schon widerlegt, man kann nicht auf jemanden gucken, ohne dabei auch auf ihn zu zielen. Der ist gerade drunter gesprungen. Der ist gerade jemand runtergefallen und gestoppt. Nein, die hat Niklas in die Selbstmord getrieben. Niklas! Leute, ich finde, wir machen auch eine New Life-Riegel. Fabians Tod. Was heißt New Life? Das ist doch eigentlich theoretisch sowieso. Der hat da gerade eine Granate geworfen. Ja, ohne Spaß, weil Virch eben auf mich geschossen hatte. Spastenkinder, einer von euch ist hier. Ich weiß es ganz genau, creepy. Ach nee, du nicht. Nee, ich bin es nicht. Irgendwann ist es einfach für mich. Wer lebt noch? Randy, dann ist das zusammen rumlaufen. So sehr vertraut ich dir doch nicht creepy. Hallo, Punkt. Carsten oder Daniel? Carsten oder Daniel? Oder ihr beide? Oder Carsten und Daniel? Oder ihr beide seidet? Da unten läuft noch, da unten läuft Carsten. Ah, lauft mir doch nicht ins Feld. Nein! Woll! Ich wurde weggemacht. Randy, wurde weggemacht. Ich habe keine Sniper. Kicks, warte, ich habe es gesehen. Ja, dann mach Kicks weg. Ja, ich bin oben mein Bett. S&B. Was ist da? Ich habe Kicks weggemacht. Ja, stirb. Carsten und habe Kicks, ja. Hab Kicks weggemacht. Sehr schön, Carsten ist noch. Carsten ist noch. Carsten ist auch noch. Carsten ist noch. Wut, 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 wut. Wo, 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 wo? Alter, ich sehe das. Wo, 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 wo? Wo sind nicht raus, ne? Nein, ah, Mutti alle. Wie? Wie? Der Wasserlemmetar von Dota 2 ist total von, jetzt mal ernsthaft, der ist total geklaut von Warcraft 3. Ja, das mag auch daran liegen, dass die Macher von Dota 2 auch an dem, von Dingens mitgemacht hat. Alter, weiß ich nicht, du bist so dumm. Ja. Die Charaktere von Dota 2 basieren auf die Dota-Charaktere. Äh, okay. Aber wär's dann, kommt bitteschön die Feuerfrau und der komische andere Typ? Hab keine Ahnung. Also die Schütze kann ich ja noch als die, äh, Silvana Windstorm oder so. Windrunner. Boah, Leute. Los, einer killt den anderen. Ihr habt die Wahl. Entweder gewinnt das Gute oder das Böse auf der Welt. Leute, guck mal, wo meine Leiche liegt. Gewinnt das Gute oder das Böse, das ist so die Frage. Leute, guck mal, wo meine Leiche liegt. Ich bin gut und was ist böse, Lukas? Ich bin gut, du bist böse, Carsten. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Entscheidungen und deren Konsequenzen. Lukas, Lukas, Lukas. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Alter, die sind richtig fies geflogen, ne? Die sind in die Ritze rein. Die sind in die Ritze rein. Die Ritze von der Narbe. Ich steche haarlig in die Ritze. Alter, ist die Fies. Carsten hat wohl so schön einmal weggesnagert. Weiß. Allein wie ich Daniel weggesnagert hab, ey. Fahrstuhl. Ey, Wirtschöber, wo es mich weggesnagert hat. Ey, ich hab wirklich dieses Mal nichts gemacht. Im Ernst. Kannst du vielleicht mal aufsuchen? Das war ja so. Das war ja so. Das war ja so. Du, auswästst. Du, unten, aus der Ecke. Aber wir sind auf dem Schrank. Auf Rainy. Und er kippt dir dann auch in die Richtung um. Also war's begründet. Achtung, Achtung. Eine Döfsäure an alle Bündchen. Da schitt ihr bitte auf, an einem Ingame-Chat zu reden. Finde auch, dass es nervt. Ja. Ja, es ist, es ist doch so, Daniel. Achtung, Achtung. Eine Döfsäure an alle Mitspieler. Könntet ihr bitte auf, an einem Ingame-Chat zu reden. Aber warum das? Da wäre schon mal ganz schnell mit der Kamera über die, äh, Autobahn gefahren, dass sie total witzig aus, als wärst du selbst ein Auto. Okay, ich hör mir noch verschoben. Hm. Fahrt mal Auto auf der Bahn. Boah, ich werde zu ehemalig, ey. Nein. Sehr schön. Hm. Hast du sehr gut gemacht, Julian. Carsten ist ein Wichser. Neu, jetzt wäre auch die Birnen-DT. Neu, Wies, Carsten ist gestorben. Ey, Daniel, du warst das wirklich. Humokel. Humokel. Ja, ich war's auch wirklich, aber ich hab wirklich nicht geschossen. Müll ist wahr, der will, ob wir in die Ecke sind, würde ich sagen, wer da so eine Seite versteht, wenn ich mir auch mal. Hm, mach mal. Das na, mach auch Spaß damit. Das ist nicht ärgerlich, ne? Würde ich nicht so eine Kirche, ne? Ich würde nicht so eine Kirche dich auch mal auf-werfen. Ey, wer weiß gar nicht, mach mal die so nenne. Na ja, wir kennen uns alle gegenseitig. Das ist doch schon... Okay. Ne, sowas mein ich, weil ich nicht so... Komm und hol mich, wenn du's kannst. Dann schieß dich halt einfach abhängig, wie wenn er nicht wird, wenn ich schon das ausversehen, das ist Gewinn. Dann sag ich Bedrohung und so. Was kann ich nicht sprunnen. Wieso muss man sich... Jetzt mal ernsthaft, gibt's dafür nicht ein Update? Wow! Jetzt mal ernsthaft? Ja, ich hasse es, zu springen und sich gleichzeitig zu ducken. Das ist irgendwie die dümmste Kombi. Stellt euch mal vor, ihr würdet das wirklich machen, in real life. Ihr springt und duckt euch. Warum setzt euch nicht? Das ist zu schwer. Ohne Spaß, ich bin schon wieder innocent. Ich bin schon wieder Detective. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Meister, Mann, Scheiße, Mann. Fight! Meister hat auf mich geschossen. Ich bin hinter der. So, war Neitmeer? Neitmeer tot? Ich habe ihn gerade erschossen, weil er auf mich geschossen hat. Wie heißt das hier? Wahrscheinlich hat er mich nur wieder getroffen, oder? 충ować. Dann hör auf ihn zu töten! olan ist bei mir, Jonas bei mir. Waa, Feuer. Ich bin ernsthaft, ich bin mal, dass Niklas länger überlebt seit nur 2 Sekunden schulter für uns aber wohl es berechtigt war hier übrigens so um durch das feuer verwundet worden was macht ihr auch für eine scheiße der kinder und wer hat schon wieder eine gerade gewonnen hast denn das ist wirklich gefährlich richtig scheiße warte mal eine primary waffe wie die hier nein die primary das ist das gar nicht mit spiel ich spiele niemals mit Granaten und ihr ballert ihr damit rum wie nichts Gutes ja das ist ja in gewisser Weise auch lustig aber ihr macht bestimmt gleich mal nalala ich hab das Gefühl einfach das ist mir raus das sind von euch fern oh gute Idee Kass Hallo äh Darkness find ich auch ganz gut geht Darkness Hallo Rainy ganze Licht an Barsha Kanzler bleiben warum genau aber drei Leute zugeht ich wollte nicht gleichzeitig aber ihr lauft nebeneinander ey oh mein Gott Fabian identifizieren Fabian identifizieren Lukas fall nicht runter Fabian identifizieren war Fabian Traitor ey Rainy ja sag sie nicht sag sie nicht sag sie nicht sag sie nicht und 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 ich bin aber innocent und 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 okay warum killst du Virgil bitteschön weil er eben sauer sind 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 weil kann ich wahr sein oh mein Gott ich mach dir viel scheiße ich mach dir viel scheiße arbeitet einer eigentlich noch hier mit C4 oder überhaupt nicht so so ich bin wieder frei boah da hab ich auch keine Leute zu spielen hallo kubi boah ohne Spaß nein Virgil was beschwerst du dich bitteschön nein alter er er hat eben gerade gesagt Digga wer schmeißt ne Kralade über meine Scheiße Virgil Virgil hat er noch nicht mehr was gemacht du hast auch mich geschossen aus Hass what the fuck einfach nur da hast nichts wie genau auf dein Kopf ich bin ein gefährlicher Mann und warum ich steh mir nicht in Wegkeks Rainy soll ich dir meine Waffe schenken was hast du soll ich dir meine Waffe schenken was hast du ich hab ne Slyper ne ich will ne Slyper wenn schon denn hier hab ich leider nicht gefunden damit hab ich das letzte Spiel so toll gut gespielt komm wir suchen jetzt Rainy alter wer hat Ballanzer dauernd mit Granaten wer war nicht ich und wer möchte mich jetzt abschließen ungefähr 99% der anderen Granaten habe ich geworfen WC Darkness versteckt dich wieder das ist mega dunkel wo versteckt sich denn WC Darkness ich hab ihm den Befehl gegeben sich zu verstecken er hat man erlaubt es wo denn? sag ich nicht zu seiner eigenen sichern das ist schutzhaft ich hab hier war ne Dschihad verfluchte Scheiße Dschihad? die war ne ne die von Fabi glaub ich hier lag doch Fabi oder? na warte dann hat wohl jemand die Dschihad von seinem Partner vergessen ich will irgendwie nicht neben Karsten laufen haha keine Sorge die verfolgt mich so ich schenke dir auch gerne den Ding schieß mit dir ab Rainy 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 ich schenke dir hier ich mach dich damit ja du bist der Detective du hier du hier nasset mir nicht what the fuck ich hab den vollen Henner gegeben Junge ich hab nicht ein Prozent schmerzen können ey Daniel guck mal ich bin hier unten das interessiert mich kein bisschen voll nichts dann gibt es hier uns auch noch ne Runde ey Alter Junge ich könnte jetzt auch jederzeit liefen du wirst du kannst jetzt auch nix du kannst jetzt auch nix ja ich hab nix LOL wie du von mir aufgefreitest ohhhh Rainy guck mal Spaß alter warum töten die euch alle nein Rainy du hast aber ganz schön hatte Blutung Schnauze oh ja das hat er ja ich bin bei Kugini ich habe eine Gängel er ist Niklas jetzt AFK oder was eine Galil ja Niklas ist AFK kick dir mal ja aber warum ist denn Niklas ja dann ist auch nicht AFK Niklas ist nicht AFK mein Mikro war wieder gemutet ey ey Niklas ist nicht AFK ja ich hab doch gesagt dass meine Mutter kurz hier war ja ich hab's hochgeschaut nein so ich bin immer oh wie du innocent wild wollt ihr mich verarschen ey ich stehe bei Pumuckl 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 ist offenbar nicht aktiv darf ich Pumuckl wegschrotzen wenn er hier rumsteht und nichts macht so ich stehe jetzt oben auf dem Legohaus darf ich Pumuckl töten oh verdammt erregt sich komm ich kenn mich doch Daniel los aber warum nein ich hätte das nur gemacht wenn du nichts machst schusserlaubnis Daniel will auf mich zielen Daniel will auf mich zielen komm komm wir laufen zusammen äh so Fabian ich würde eigentlich gar nicht töten du wolltest du sterben wenn Daniel bin hier alt du bist du mit der Moni dürft ihn töten ne 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 jetzt doch nicht Fabian nein 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 also Färght jetzt kann ich springen bei mir ist alles bin ich habe auch eine granate die scheiße dann hallo 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 er sagt es gerade nur kippen wie man und er hat nicht geschafft mein gott und pumoke war in seiner nähe deswegen habe ich ihm als dinges eingestuft weil ich glaube ich dass ich brauchen sondern ja aber du wirst die ganze granaten bestanden wer hat geschossen also unser unten ja da einen bösen verdacht aber ich will nicht aussprechen was dann ist dann die klasse oder ich habe eine bei ich habe ein dna-scanner was macht ich habe ein dna-scanner ich weiß nicht jungs ich habe den dna-scanner was lebt es noch wie mache ich den dna-scan Prozent Prozent an gleiche gehen und den afgarten und dann der anstattung von und tage wenn du das ist oben über den fernseher im Regal wo der rechts der links der links der Böse war diese Böse er hat eine AWP wo hat er nur in den Köln wie die war es schön okay gut dass ich mein verdacht nicht aus das ist so krass wie ich das einfach nicht mit einem redet ja du redest und ich dich dann sie mir nicht antwort ja dann bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal